Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Vlog hier bei mir auf meinem Kanal und zwar war ich heute beim Goodwood Festival of Speed. Da habe ich diese wunderschöne Tasche bekommen mit einem McLaren vorne drauf vom Daily Telegraph beziehungsweise habe ich mir gekauft aber für 12 Pfund kann man das mal machen als kleines Andenken, Souvenir. Und ja, da war ich heute. Gleich im Anschluss gibt es noch ein paar Videos dazu und ja, das war so ein kleiner Anblick, was ich hier so in der Zeit auch mache für Sachen, wenn ich eben nicht mehr arbeite oder mal Freizeit habe. Und wir sehen uns im nächsten Vlog. Bis dahin und ciao! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.